Grüß euch miteinander, mein Name ist Ruth Denenbaum, ich bin Kandidatin für den Stadtraten für die Bürgerbewegung Pastrallisten 11. Was ist das, wo ich jetzt bin? Das ist der Elfenau-Park, das ist der Park, wo ich mich gerne begeben will, wenn ich mich erholen will. Das ist eine Perle von dieser Stadt Biel, wie es noch viele andere hat. Was ist die grösste Herausforderung für die nächste Legislatur? In meinen Augen ist es, dass man in Zeiten von leeren Kassen den sozialen Zusammenhalt der Bevölkerung aufrechterhalten und die einen nicht gegen die anderen ausspielen. Wie hat sich meine erste Erfahrung mit der anderen Sprache passiert? Meine Mutter parlait französisch mit mir und mein Bruder und meine Sœur suisse-allemand. Das ist das, dass ich bilingue, ganz natürlich. Sex und die Beziehung zwischen Parlamentariern ist das ein Tabuthema oder eine Aufbäppung des politischen Amtes. Niemand weiss, wo die Liebe hinfällt und deshalb ist es auch nicht problematisch, wenn zwei Menschen im Parlament zusammenfinden. Die Betroffenen selber müssen sich darum kümmern, wie sie mit dem umgehen wollen. Wir sollten uns um die wichtigen Angelegenheiten dieser Stadt im Parlament kümmern und die Beziehungen gehören dazu sicher nicht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wählen Sie Passerell, Liste 11. 1